Gewinnspielauslosung Mods Erstellen zu tun bei Transport Fever Aber Wir sehen jetzt hier die Liste Der Teilnehmer und Wir haben ja 5 Keys und wir sind Natürlich auf unserer berühmten Seite Random.org Aber davor nochmal ein herzliches Dankeschön An Urban Games, die mir diese 5 wunderschönen Keys Zur Verfügung gestellt haben Es ist echt krass Ich habe ja nur angeschrieben, ob sie YouTuber supporten Und ich habe ein 1500 Abonnenten Special Ob sie nicht irgendwie Ein kleines Gewinnspiel Supporten können und dann Geschrieben, ja kein Problem Hier sind 5 Keys und ich so Okay, alles klar, Dankeschön Also da nochmal ein herzliches Dankeschön und Herzliches Dankeschön geht natürlich auch an alle Zuschauer, ja weil 1500 Oder jetzt mittlerweile 1535 Ist für mich eine Sehr beträchtliche Zahl Die ich mir eigentlich so nie Erträumt habe Auch wo ich Damals angefangen habe Da habe ich so gedacht, okay Mach es ein bisschen so nebenbei Den YouTube Videos Und dann, okay Ich so, warum denn nicht, ja Wie ihr auch gemerkt habt Sicherlich letzte Woche kamen Keine Videos Das hatte Damit zu tun, dass ich fast keine Zeit Hatte, aber Ihr könnt euch freuen Die Videos für nächste Woche sind schon Hochgeladen Ja Dann nochmal eine kleine Info Ich möchte gern die Serie mit den Tipps und Tricks Wieder fortsetzen Und da bräuchte ich ein paar Sachen von euch Also Wer noch irgendwie Hilfe braucht Im Spiel, ja Oder Irgendwas wissen möchte Wo Ich zum Beispiel jetzt anders mache Wie Ihr, ja Oder falls ihr da irgendwelche Irgendeine Hilfestellung braucht Dann schreibt es gerne unten rein Ich mache die Videos gerne, ja Auch wenn es Völliger Schwachsinn ist Wenn ihr das vielleicht denkt Das zu fragen Fragt es einfach, ja Dann Ist es auch geklärt Aber Wir wollen ja hier über Über die G4W Verlosung reden Und Dann fange ich auch gleich mal an Mit dem ersten Gewinner Der wäre Die 12K Lux Game Crew Herzlichen Glückwunsch an dich Du hast Ein Key gewonnen Streich dich jetzt hier mal durch Zack, zack Der Nächste Gewinner Wäre Die Die 3 Aaron Thorwart Herzlichen Glückwunsch auch An dich Nächste wäre Die 10 Unde Findet Kim Zeug gebraucht Mal gucken Trommelwirbel Der letzte Key geht an Die 7 Soul Antifan Herzlichen Glückwunsch So Liebe Gewinner Ihr Schreibt mich bitte auf YouTube an Das geht wie folgt Und Zwar Geht ihr auf Mein Kanal Logischerweise Und dann habt ihr hier Kanal Info stehen Und dann habt ihr hier Rechts oben Ein kleines Fensterchen Wo steht Nachricht senden Ja Ich kann es mal kurz An einem anderen Kanal zeigen Hier würde stehen Nachricht senden Da schickt ihr mir bitte Eine Nachricht Und dann Bekommt ihr euren Key Ihr habt dafür eine Woche Zeit Das heißt bis Nächsten Samstag Und Wer mir bis dahin noch Keine Nachricht geschrieben hat Da Werde ich mir Dann Den Key aufheben Fürs 2000 Abonnenten Special Da wird es dann Witter ein Giveaway geben Und Ja Noch mal ein herzliches Dankeschön An alle Zuschauer Es macht Wirklich Spaß Aufzunehmen Es macht Spaß Livestreams zu machen Das ist Schön Sowas zu erleben Es ist so schön Mitzuerleben Wie die Community Weiter wächst Das ist Ein Gefühl Dass man halt Immer mehr Leute erreicht Mit seinem Content Den man so Öffentlich Verbreitet Und das ist einfach Irgendwie ein gutes Gefühl Da noch mal Ein Danke an euch Und noch mal Ein Danke an Urban Games Für die Bereitstellung Und noch mal Herzlichen Glückwunsch An die Gewinner Das war's Ich bedanke mich Recht herzlich Für das Gewinnspiel Und für die Teilnahme Und ich würde sagen Wir sehen uns Im nächsten Video Bis dahin Ciao